Ich habe das Gefühl, dass ich eine Muschel vergessen habe. Oder mehrere Muscheln. Weil zwei hört sich nicht gut an. Drei ist eigentlich immer so eine Zahl. Oder fünf. Irgendwie... Ich glaube, ich habe da was verpasst. Aber ich habe mir schon Mühe gegeben im Absuchen. Im Absuchen. Das lädt. Übrigens, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. Okay. Die Musik finde ich aber schon toll. Sie passt irgendwie richtig. Und das sieht jetzt aus nach so einem Getriebenwerden-Spiel. Äh, Spiel vor allem Level. Ähm. Ja, da würde ich sagen, mach mal einfach mal mit. Nee. Ich versuche erstmal hier so... Nein. Das möchte er nicht. Wow. Alles klar. Ich weiß nicht, ob wir die andingeln müssen. Weil es ist halt schon auffällig, dass sie da so... Da ist noch so ein Schwarm. Da ist noch so ein Schwarm. Da ist noch so ein Schwarm. Ich kriege mal dafür ja eine Trophäe. Aber ich habe wahrscheinlich eh nicht alle gekriegt. Da ist noch einer, was man jetzt gar nicht so gut sieht. Weil die anderen noch um einen drum herum waren. Okay. Jetzt sind wir hier irgendwie in der Höhle und da vorne ist der Hai wieder. Guten Tag. Ich sehe nix. Okay, jetzt geht es wieder nach oben. Sieht ein bisschen nach Nomad Sky aus. Okay, da brauchen wir wieder so ein Ding für, um da durchzukommen. Was bist du denn für einer? Der hat Fehler gefressen. Das ist ja unfassbar. Wo ist denn hier so ein Meditationsstein? Gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Also da, 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 da kann man was aufbeschwören. Aufbeschwören, vor allem. Ich fahre schon lieber Final Fantasy. So, was haben wir denn hier? Kugelfisch. Die sind so süß. Und einen Delfin haben wir auch noch. Das ist ja mega cool. Hallo, 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 hallo. So. Gemeiner Delfin. Warum ist der gemein? Oh, da kann man voll mit beschleunigen. Da ist ne Höhle. Ist gut zu wissen. Da kann man was beschweren, da kann man was beschweren, da kann man was beschweren. Die mögen mich. Das ist ja schön. Golftümmler. Die sehen ja voll unförmig aus. Da ist die Meditationsstatue, aber es fehlt, glaube ich, noch ein so ein Ding und es ist da hinten. Und dann gehen wir meditieren. Also ich schätze mal, dass es in jedem Level 3, also in jedem Abschnitt, sagen wir mal so, drei Stück gibt. So, was haben wir hier? Ein grauer Riffhai. Okay. Und so komische... Weiß nicht, wie die heißen. Gut, dann meditieren wir gerade mal ein bisschen. Und gehen dann in die Höhle, wo hoffentlich von uns so ein komisches Ding ist. So ein... Ich weiß nicht, wie das heißt. Der gemeine Delfin. Was haben wir noch? Noch ein gemeiner Delfin. Imperator Kaiserfisch. Ja. Imperator Kaiserfisch. Was seid ihr denn für welche? Noch? Was sind denn da die roten? Leopard Forellenbarsch. Das ist dann wohl der Leopard Forellenbarsch. Was ist das? Da ist so ein 80er Fisch. Was ist dieser 80er Fisch? Zweifarbiger Papageienfisch. Ist das der? Ja. Das ist der 80er Fisch. Der sieht voll 80er mäßig aus. Was ist das? Da fliegt irgendwas runter. Ich möchte wissen, was das ist. Wo sind die hin? Da. Da, da, da. Das. Was ist das? Nein. Das ist da. Was machen die da? Wo fliegen die? Die fliegen durch den. Okay. Hier sind noch irgendwelche. Hörbis. Azur de Moisele. Süß. Leopard Forellenbarsch. Ah, da ist so ein Dori-Fisch. Weil das ein Dori-Fisch. Weil der so einen Wimpel oben hat. Da. Nee. Mann. Das ist doch so ein Dori-Fisch, oder nicht? Was ist der Dicke da unten? Der Dicke, der Dicke. Ich will zu dem Dicken. Oh, hallo. Ja, du. Genau du. Napoleon Lippfisch. Der mit der Stirn. Ich glaube, die gibt es auch in Klein. Meine ich mal gesehen haben. Gesehen zu haben. Na gut. Dann. Immer mal aufzumeditieren. Und. Die hier unten hätte man sich bestimmt auch angucken können. Na gut. Aber wir düsen mal hier. In die. Höhle rein. Ja. Da haben wir so ein Teil. Geil. Okay. Dich brauche ich nämlich für da vorne. Wo war das denn genau? Was ist hier unten? Okay, da ist das. Dann möchte ich gerne wissen, was hier oben ist. Nix. Da oben ist was. Da ist eine Muschel. Eine Mupfel. Habe ich schon gewundert. Weil, äh, das war hier irgendwie. Ich habe hier so ein Teil erwartet. Und es kam einfach nicht. Na gut. Dann lösen wir jetzt. Hier unten hin. So. Dann macht das mal bitte. Kaputt. Okay, ich denke mal, dann wird es hier weiter mit dem Treibspaß gehen. Oh, eine Schildkröte war da. Ach, da sind wir. Okay. Oh, knapp, knapp. Knappe Sache. Jetstream. Okay, das gab ein Trophäe. Das war irgendwie klar. Habe ich die bekommen? Ja, ich habe sie bekommen. Ist ja unfassbar. Dafür habe ich aber nicht diese Dinger Wow bekommen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt irgendwie ob ich dann eine gewisse Anzahl von diesen Fischen treffen musste. Ähm Oder nicht. Aber ich glaube, ich habe einen verpasst. Süß. Oh nein, jetzt ist hier wieder so dunkel. Und wir haben kein Lichtchen. Ich mag das nicht, wenn das so dunkel ist. Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Wir sind immer so bedrohlich. Ähm. Dieser komische Meditation. Ach, guten Tag. Hallo Lichtchen, wo kommst du denn her? Dieser Meditations Dings, der war glaube ich auch erst nachdem da, nachdem wir da reingeflogen sind. Äh, geschwommen. Ich will nicht da ganz so unten. Okay, ist ja voll so so'n, 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 so'n Rick so'n 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 Gerüste. Na gut. Dann ab hier rein. Wir haben nur eine Muschel gefunden. Das ist schade. Ne, zwei. Da war ja nur eine, noch eine, die wir so im Flug bekommen haben. Aber ich schätze mal, da haben wir auch am Anfang welche verpasst. Äh. Was ist das denn da oben? Hallo. Ja, anscheinend gibt es vier Level, weil das ist jetzt das zweite, das da drüben ist, das was wir eben gemacht haben und jetzt werden wir hier das zweite machen. Deswegen werde ich jetzt hier auch nicht nochmal rumfliegen, weil ich einfach mal schätze, ähm, dass da nix sein wird. Okay, jetzt ist hier wieder alles schön. Beziehungsweise es füllt sich mit irgendeinem Wasser und jetzt kommt wieder die Jumbrader Musik. So, jetzt gleich müssen wir erstmal wieder diesen Meditationspunkt finden, der hoffentlich hier irgendwo ist. Jetzt mal umgucken. Da! Ich habe ihn gefunden. Da sind wieder diese 18er Fische. Was ist das? Das ist nur irgendwie Pflanzenkram. So. Mal gucken, was wir hier so finden. Fähnchenfalterfisch. Die sehen irgendwie kurz vorm Abkratzen aus. Was haben wir hier? Gelber Segeldoktorfisch. Die hatten wir glaube ich schon mal. Einhornfisch. Ach, da drüben. Zweifarbiger Papageienfisch. Yo. Barracuda. Mir sieht aber auch cool aus. Einhornfisch. Mann, ich will den Blauen wissen. Gerade durchgeflogen durch den Schwarm. noch ein Barracuda. Fähnchen. Ich komme an die Blauen nicht dran, ne? Jetzt? Ne. Ne, das ist ein Weißbrust Doktorfisch. Ihr habt aber keine weiße Brustfreundchen, ne? Wisst ihr schon, das ist glaube ich ein Dori-Fisch, oder? Ich weiß es jetzt. Doch, ich meine, ich weiß es nicht. Schon so lange her, dass ich für den Nemo geguckt habe. Na gut. Dann düsen wir mal weiter. Könnt ihr mal grad an die Oberfläche hier schwimmen? Ne? Okay, hier ist nicht viel. Na gut, dann düsen wir weiter. Durch das nächste Türchen. Hier sind ein paar Vasen. Da ist ein Hai. Ja. Es gibt drei pro Level, alles klar. Immer nur zwei. Das kommt jetzt als nächstes. Da sieht man auch, wie die Level aussehen. Das ist natürlich auch interessant. Ich möchte da in den Schwarm rein. Hallo. Oh. Oh. Hat mich angedupst. Oh, es ruckelt. Was ist das da unten? Oh, da ist ein Wal. Ein dicker Wal. Ein dicker Wal. Oh. Grauer Riff Hai. Was bist du? Oh. Wo willst du hin? Oh. 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 Tastes? Oh. 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 Jetzt häng ich hier fest. Na gut, dann hör mal auf. Dann düsen wir hier zum zum Euglein wieder hin. Jetzt düst ihr da wieder weg. Nein. So, wo kommen wir denn jetzt hin? So, wo kommen wir denn jetzt hin? Wirhowen es sich zum Euglein. Jetzt drehen wir noch auf dem Fall. Tschüss. Tschüss.